Das heutige Event ist das Top-Spiel in der 2. Liga Darmstadt gegen St. Pauli, Anstoß 20.30 Uhr. Ich denke, wir werden heute einen sehr spannenden Soccer-Match sehen. Ich bin Carsten Winterberg, Geschäftsführer der Firma Widi GmbH. Wir tragen jedes Wochenende die Spiele der 1. und 2. Bundesliga. Das heißt aus dem Stadion hinaus zu einer zentralen Stelle, zur CBC nach Köln. Dort werden sie weiter produziert und werden dann aufbereitet und übertragen zu den Takern, zu den Rechteinhabern in die ganze Welt. Wir machen das Feintuning für die Amazon-Services, für die Streaming-Services von unserem Network-Operation-Center aus. Und seit, ich glaube, ungefähr anderthalb Jahren ist es so, dass wir auch einen Live-Kommentator mit einbinden können und das mit Unterstützung von der Firma TVU. So, jetzt habe ich das Video vom Stadion hier drin in TVU und konfiguriere mir den Output aus TVU zurück zur AWS. Ich bin Clara Behrens, ich arbeite bei der Widi GmbH. TVU ist für uns Teil der Signalkette. Im Grunde kommen die Signale aus dem Stadion und werden dann durch die TVU-Software geführt. Im Grunde wird der Kommentator dort hinzugefügt und kann das Spiel selber sehen, dann kommentiert es von zu Hause aus und dann wird das Signal mit dem Kommentator-Ton aus TVU wieder rausgegeben, sodass es dann komplett an die Taker geschickt werden kann. Das Event hat heute super funktioniert. Der Kommentator konnte das Bild sehen, konnte alles wunderbar kommentieren, man hat ihn wunderbar gehört. Aber es funktioniert.